Montag gibt es Goldblütenperbe, Rundestag Phönix-Embryo. Jedermann passt ganz selbstverständlich in seine Zeit. Mittwoch Drachenbach, Donnerstag Goldzahndrocken, wie das Bild in den Rahmen. Freitag bunte Krabbenblumen, Sonnabend weiße Vögel im Nest. Nur ich weiß nicht, wo ich hineinpassen soll. Ich schlüpfe mit viel Mühe in den einen Rahmen hinein und wieder hinaus in den nächsten. Und fühle mich nirgendwo für längere Zeit heimisch. Ich schlüpfe mit viel Mühe in den Rahmen.